Tja, nun wird Beuysdise.de also vier Jahre alt. Das ist ein Grund zum Feiern. Genau. Und deswegen gab es in dieser Zeit auch ganz viel hiervon. Ein bisschen hiervon. Und wieso ist der Kaffee leer? Na egal. Es gab auf jeden Fall auch ziemlich viel hiervon. Ja, sehr viel. Ihr seht, sehr viel. Schätzungsweise 22.000 Zeilen-Code haben sich in dieser Zeit angesammelt. So, ist jetzt bald fertig hier. So sieht dann im Wesentlichen jeder Tag aus, an dem man so arbeitet. Ist ja jetzt bald. Ja, endlich. Und um das jetzt insgesamt nochmal zu feiern. Ach, nun komm, sei ruhig da. Jedenfalls, um das jetzt zu feiern. Okay, das hat er nicht gehört. Um das jetzt zu feiern, ist meine Blog-Software jetzt komplett Open-Source und steht auf GitHub zur Verfügung. Wer es sich anschauen möchte, diesen, naja, zugegebenerweise doch recht großen Haufen an komischem Quellco, der über die Jahre vollkommen vermischt und ein Software-Architekt würde das Ganze wahrscheinlich zum Fenster rausschmeißen. Aber es ist so für mich ein großer Anreiz, das Ganze in den nächsten Wochen und Monaten zu einem vollständig objektorientierten CMS umzubauen. Wer also mehr darüber erfahren möchte, der schaut in der Videobeschreibung nochmal im Blogartikel vorbei. Allgemein wird es dann auf dem Blog in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder dazu Updates geben. Und natürlich auch auf der GitHub-Seite an sich. Und ansonsten war das jetzt das Geburtstagsvideo zum Vierjährigen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es hier jetzt gefallen, informiert, belustigt, wie auch immer. Ja komm, hol doch mal die Tröte raus. Ja komm, hol doch mal die Tröte raus.